Hallo liebe Arcada-Club-Freunde, herzlich willkommen zur nächsten Rubrik und zwar geht es diesmal um Smart Objects und zwar ist das eine Methode, in der eingebettete Dokumente verlinkt werden können, Effekte darauf gerechnet werden können und das Ganze kommt aus der Photoshop-Welt. Damit gehen fantastische Sachen. Ein paar von diesen Sachen kann auch Affinity Photo und im ersten Teil beschäftigen wir uns jetzt erstmal damit, die Grundvoraussetzung dafür zu schaffen, dass der Rest der Teile auch funktioniert und zwar müsst ihr mal schauen, dass ihr die Option auch eingeschaltet habt. Dazu geht ihr hier auf Affinity Photo in Einstellungen und hier im Menü auf Allgemein und dort sollte PSD Smart Objekte importieren, womöglich ein Haken gesetzt sein. Dann funktionieren nämlich die Smart Objects und werden in diesen Photoshop-Dateien berücksichtigt und wir schauen uns an, welche davon in Affinity Photo gut funktionieren. Es gibt viele, die nicht gut funktionieren, weil sie eben wie gesagt nicht alles unterstützen, was Photoshop an Funktionen bietet, aber ein paar tolle gibt es für Affinity Photo. Wir gucken uns die Webseiten an, wo ihr sie runterladen könnt und wie man das Ganze einbindet, machen ein paar Beispiele, alles das ab Teil 2.